Rikshasana, der Baum. Stehe aufrecht, Füsse zusammen. Halt dein Becken gerade und streck dein Oberkörper. Stell jetzt den rechten Fuss seitlich auf und fokussiere einen Punkt vor dir. Wenn du dich sicher fühlst, falte deine Hände vor dem Herzen. Atme dabei tief und sanft durch die Nase ein und aus. Dein rechtes Bein bleibt möglichst zeitlich geöffnet. Halte diese Stellung für fünf Atemzüge. Zurück in Ausgangsposition. Gerade ausrichten. Und die andere Seite üben. Dein Becken ist aufgerichtet und zentriert, die Wirbelsäule gestreckt bis zum Kopf. Dein Herz offen, der Blick fokussiert. Für fünf Atemzüge. Zurück in Ausgangsposition. Und nachspüren.